Hallo! Besser lesen gelernt, also ein bisschen fließender lernt und wie man die Sätze richtig schreibt. Ein großer Erfolg ist mit Yvonne, gemeinsame Geschichten zu schreiben. Das Ziel ist mit Yvonne Geschichten oder Märchen zu schreiben. Ich bin der Bulli, werde 36, komme aus Potsdam. Das Ziel ist mit Yvonne Geschichten. Die Sprecherung. Das Ziel ist mit Yvonne Geschichten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.